Wir haben auch eine super Übung von Zürich Lovazone aus Frankreich. Die ist noch mal die Ausbildung bei Gitarre Pro. Da pauschen wir als Teil der Stahlbereich, wenn man sich an den Kippen befriert. Die Stahl von Betracht steht in den Kippen, wenn man sich an den Kippen befriert. Vielen Dank.